Wie war Lumex Reaktion, als ich nicht mehr mit ihm aufnehmen wollte? Wenn du in den nächsten drei Sekunden abonnierst, dann nehme ich wieder mit Lumex auf. Drei, zwei, eins. Ich hoffe, du hast es gemacht und jetzt passt mal auf, wie seine Reaktion war. Hallo Lenny. Hallo Kevin. Lenny, ich will nicht mehr mit dir aufnehmen. Das kannst du nicht machen. Letztens, als du im Discord gesungen hast, klang das so schrecklich. Ich habe da immer noch Kopfschmerzen von. Dann war es das jetzt mit uns beiden. Okay, tschüss. Ruf mich nicht wieder an, ja? Okay, tschüss.